So, jetzt dürfte eigentlich alles stimmen. Ja. Hi Leute, wie geht's, wie steht's? Willkommen zum Let's Play Assassin's Creed Chronicles India. Nochmal, denn vor 5 Minuten wollte ich schon mal streamen und irgendwie versagte da die Technik. Ja, also nochmals Willkommen. Ich bin Andy9x17 und auch Willkommen zum Global Gameport Stream. Für diejenigen von euch, die nicht wissen, was Global Gameport ist, es ist eine Gaming Community, wo ihr euch über euer Lieblingsspiele wie Assassin's Creed austauschen könnt. Und außerdem haben wir auf unserer Seite außerdem halt noch die neuesten Informationen und auch Spiele-News zu Assassin's Creed. Das Team von Assassin's Creed macht übrigens eine super tolle Arbeit, also schaut vorbei. Die Seite könnt ihr mit dem Befehl im Chat, also GGP Assassin's Creed findet ihr unten in der Kanalbeschreibung. Einfach Befehl eintippen in den Chat und dann bekommt ihr auch schon den Link für die Seite. Ja, äh, ich habe vor etwa vielleicht so 6-7 Monaten schon mal probiert, ein Walkthrough zu machen. Leider bin ich erstens an die Schwierigkeit des Spiels gescheitert und zweitens hatte ich leider nicht mehr so viel Zeit gehabt. Und deswegen machen wir halt nochmal einen Neustart, aber genug geredet. Ich spiele hier auf dem PC, also ihr seht hier meine Maus, aber ich spiele es meistens bei Assassin's Creed Spielen immer mit dem Controller, ich weiß gar nicht. Ich habe nämlich seit dem ersten Teil nicht mehr mit Maus und Tastatur gespielt. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie die Key-Bindings, also die Tastatur-Belegung ist. Naja, wir fangen jetzt einfach mal ein neues Spiel an. Ich hoffe, der Sound ist okay. Abbas-Mir hat den Kuinur Diamanten aus dem Palast des Arachas gestohlen, mein Gott, diesen Namen. Unter den Augen der Templer. Abbas-Mentor Hamid glaubt, der Diamant sei ein mächtiger Edensplitter, doch Abbas interessiert sich mehr für die hübsche Prinzessin Yara. Ihr Großvater Mahajan... Oh Gott. Ich werde die Namen nicht mehr vorlesen, denn ich bin total schlecht, daran, solche Namen vorzulesen. Wurde von den Templer-Agenten Francis Cotton gemordet und die ganze Region befindet sich in Aufruhr unter dem Kommando von Templer-Agenten, die die britische Ostindien-Kompanie unterwandert hatten, stärken Frieden ihren Einfluss in der Region. Als auch noch Ranjits Sohn und Thronfolge Karak stirbt, verschlimmert sich die Situation, der Hof trifft Vorbereitungen. Ranjits zweiten Sohn Dulep, oder Dulep, keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird, zu krönen, als Abbas den höchst riskanten Plan fast in den Sommerpalast von Amritsa einzudringen. Also Leute, ich meine, sehr schlechte Vorleserring. Wie ihr jetzt schon feststellen könnt, ich werde das nächste Mal das nicht mehr vorlesen. Die Sicherheit ist tief heute. Sie muss meine Besucher haben. Ich brauche nicht Weapons, um ein paar Gäste zu knacken, aber besser nicht geben sie einen Grund, um mich zu knacken. Da ist es, jetzt, um es zu erreichen. Unarmt und in Bereichen, in denen ich nicht mehr mit Palast-Guards sein sollte. Das wird Spaß machen. So, also wenn ihr lesen wollt, könnt ihr ja mal Rete in der Aufzeichnung stoppen, oder ich gehe davon aus, dass die meisten das erst später halt auf YouTube lesen wird, sehen wird. Und, ja, also das Spiel ist, hat nur die englische Sprachausgabe, dafür gibt es aber Titel. Hier in diesem Spiel wird aber eh nicht allzu viel geredet. Also die Tutorials sind schön und gut, aber diese ganzen Slow-Mos, ich kann Slow-Mos bei Tutorials absolut nicht leiden. So. So. Ups. Ups. Was war eigentlich das mit dem... Upsala! Okay, da haben wir schon mal den ersten Fehler, ups. Das war voll Fail jetzt gerade. Okay, okay, ich seh schon, ich starte bei dem letzten Checkpoint. Wir sind ja nicht allzu weit gekommen. Da kann man echt, wenn man noch nicht so ganz mit dem Spiel vertraut ist, kann man echt schnell ne falsche Taste drücken. I will d Interview with you, I will you. And before you tell the earlyyenutings are he? . Haha. Catching rest, but not intruders. Also das Spiel... Ich hab ja auch schon Assassin's Creed... China gespielt, also Assassin's Creed Chronicles China gespielt und da war das Spiel deutlich einfacher von der Schwierigkeitsgrad. So, also das ist ja eigentlich so ein 2,5D-Spiel, das heißt... Es ist so ein bisschen... ...so halb 3D. Ich finde das sieht immer irgendwie teilweise etwas verwirrend aus. So... Hm? Also das Spiel hat auch sowas wie ein Bewertungssystem, das heißt, je nachdem was man alles so einsammelt und was weiß ich... ...und wie... ...unauffärlich man gespielt hat... ...gibt es Punkte und... ...dann sieht man halt ob man Gold, Silber oder Bronzer hat. Suna, ja tu... ...Rajkumar ist so... enas spiritually! Wat? Hier muss man relativ... ...tag... ...aufpassen... ...glaub ich weiß noch wie das geht? Wie geht's alles, wenn mir auf gewesen ist 있을 also die können uns hier nicht sehen außer wir sind hier jetzt auf der seite muss man nicht aufpassen solche stealth spiele sind aber auch nicht eigentlich sowas wie eine geduldsprobe man muss sehr geduldig sein und nicht allzu voreilig handeln nein oh verdammt ich ich scheiße ich vergesse mal dass wir ja im ersten level noch gar keine waffen haben so bloß keine falsche bewegung kann echt bei diesem spiel echt leicht passieren wo ich hoffe der läuft nicht allzu weit vor ich habe nichts gesehen ach komm schon das ist doch ich habe noch ganz gut in erinnern dass india es teilweise richtig schwer ist dass man richtige frost attacken bekommt wenn es soweit ist werde ich mich versuchen zu beherrschen indem ich keine flüche und unanständige wörter um mich schmeiße ich hätte einfach rennen sollen so ich hoffe der schaut nicht hoch ok nein 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 ooooohhhhhh krap Ich sag's immer wieder ich steuern es teilweise.. manchmal ein bisschen.. schwammig Ich weiß nicht, ob ich den Raja schnau. Was ist denn da? So ist er noch was? Oh. Guckt er auch mal irgendwann rüber? Kann ich dich im Gebüsch verstecken? Sieht nicht so aus Das ist ja ein Ziel, den holen wir uns So Möchte ich das suchen? Nein, auch nicht Okay Also das Spiel ist eigentlich hier ziemlich einfach gestrickt, sagen wir mal so Wir hätten den Typenwolf womöglich auch gar nicht Rausknocken brauchen Oh, das war eine gute Entscheidung, dass ich das nicht riskiert habe, rauszukommen So, wenn er wieder zurückkommt Dann werden wir uns rüber zum Fenster schleichen Die haben wahrscheinlich eh nichts Verschwinde jetzt lieber mal schnell durchs Fenster, bevor der wiederkommt Ah ja, die Kisse habe ich ja schon beim ersten Durchgangsversuch Ich versuchte viel Ich werde alles nicht mehr von bei dem Ich werde hier nicht mehr von irgendwoher von und ich werde mal wieder rumklingen Ich werde das nicht mehr von Ich werde jetzt mehr von Und ich werde es nicht mehr von Ich werde mal wieder Du bist einem Die Musik ist gerade irgendwas gebraut. Nee, kann ich das jetzt nicht umändern? Sag bloß! Das ist... Das ist doof. Man muss zurück ins Hauptmanne gehen, um die Musik leiser zu drehen. Ach, Scheiße. Wenn die wiederkommen, lock ich erst mal den hinteren Typ aus. So... Muss ich den Typen hier wegloggen? Oh, mein Gott. Das hat jetzt viel besser geklappt als... Das letzte Mal, als ich das gespielt habe. Und so nicht drüber. Komm so nicht drüber. Ich kann ihn auch nirgends verstecken. Und bevor alle jetzt aufwachen, kriege ich einfach schon alle... Allerdings Land der Schlafenden. Ich hoffe, der dreht sich jetzt nicht um. Ich hoffe, der dreht sich jetzt nicht um. Das tiltum knackern. Um... was für's Hosted. Ja, ich denke schon, um viel gravit mering overcrowsehe. Uuh. Das, was einfach her COME- Ich behalte mich, ihr geht aus dem... Und du weiner hein? Uuh. Oh. Are you here to kill me, Assassin? I'd be a fool to think I could. I could kill you now, slicing your throat or plunging my blade deep into your heart. Take my heart. It belongs to you anyway. Do you always have to have a line at the ready? Wunderbar, 1. Level geschafft und das auch gleich auf Gold. Aber das ist, glaube ich, die einfachste Mission in diesem gesamten Spiel. Wunderbar, 1. Level. Must you leave so soon? I'd like to show you how good I have become at your magic tricks. That I'd love to see. Should I pick a card? It's the Queen of Hearts. Very funny. You may be surprised to know that I have a concealed blade on me at all times now. Really? I probably haven't searched you thoroughly enough. Maybe you should search me now. I'm sorry, my love. I have to meet with Amid. He believes the Templars are looking for the Ku'i-Noor again. I told you, keep it, it was unwise. That's why I gave it to Amid. Just be safe, my love. Don't do anything crazy. Ah, I love these between sequences. Habas can be a opponent, now to fight, blah blah blah. Do you want to...? Uh, yeah, I'd like to. Help! Help! Here! Help! This... Okay. Blocking... Ouch! Hä? Wir können A zu blocken? Ah, okay. 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 Ouch. Okay, das war's. Okay. 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 Scheiße Oh nein Nicht doch Oh Mann Am Anfang des Spiels hat man so wenig Leben Schalte ich den jetzt gleich aus Haben wir ein Problem weniger Oh my god Oh my god Oh my god Ich dachte schon die kommen zu mir Wann ich das Oh da haben wir eins Ich weiß nicht ob das ein alternativer Weg ist Oh my god Oh my god Oh my god Das war knapp Das war knapp Oh my god 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 Ey, dass er die Tür... Also ich habe nicht erwartet, dass er die Tür hören kann. Müssen wir den Kerr wohl oder überall ausschalten? Oh man, ist hier oben noch was? Nein. Wenn wir schön nach alternativen Wegen umschauen bei dem Spiel, ist sehr wichtig. Da kann man sich echt das Leben teilweise deutlich einfacher machen. Ja. Was ist das? Ich glaube, ich muss hier hochsteigen, um... Kannst du können? Ach, Mist. Hm, wie mache ich das bloß? Oh man, sieht die Lupe hier eigentlich auf? Ja, die Lupe ist auf! Ah, ich hole mir doch ein paar Munition... So... So... Oh Gott, kommt der hier raus oder so? Ja! Gut, dass ich das noch... Ich muss aber auch wirklich bei jedem Abschnitt entdecken... Oh... Oh... Hm... Ah, kommt schon! Was ist das? Ah, no silver Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich das letzte Mal so gut vorankam. Oh, jetzt kommt das hier. Das war ein bisschen tricky, ich kann mich noch daran erinnern. Aber wenn wir so weiterspielen wie jetzt, kann ich euch sagen, es wird nicht allzu lange dauern, bis meine guten Kenntnisse uns nichts mehr nützen. Denn ich habe damals hier nur 3 oder 4 Level gespielt. Hm. Das war ein sehr trickreicher Einsatz. Ups, jemand ruft mich an. Ein Moment. Das war's. Das war's. Das war's. Da war's, warum. Mein Mikro war irgendwie aufrausgestellt, so. Äh, jetzt, wir haben um 17.20 Uhr angefangen. Ja, ich denke mal, ich werde wahrscheinlich so eine Stunde oder vielleicht auch 90 Minuten streamen. Ich glaube, ich schalte ihn erstmal aus. So, ich sollte vielleicht... So, jetzt versuchen die beiden oberen zu erwischen. Oh, das war ein guter... Trick, also dieses Leid-Töten... Oh my god. Den töten wir hier weiter hinten. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Was?! Was?! Ich... Das kann ja irgendwann mal nicht sein. Oh my god. 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 So, komm näher. Dann schalten wir zuerst den Kerl aus. Wunderbar! So, der letzte... macht man... Nach ihm? Ja. Wunderbar. Oh, der... diesen Level ist heftig. Gibt's mehrere Ebenen. Let's try again... Let's try again... Ah, rauchbum, stimmt. Hm... Ich glaube, ich gehe lieber oben an. Ah, ich konnte es... oh mein Gott, ich konnte es greifen. Das ist cool. Also, die Animation sieht schon teilweise richtig geil aus. Oh... Ja, das war der erste Frostfaktor gewesen. Wenn wir Pech haben, werden wir hier echt Stunden verbringen. Na, spring schon! Also, das geht echt schnell. Das ist nicht mal eine Minute. Ich glaube, das sind nur 30 Sekunden. Alles muss sitzen. Sonst schaffen wir das nie. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Haha! Vielleicht beim zweiten Versuch schon geschafft. Oh mein Gott! Das ist ein neuer Rekord. Oh mein Gott! Ich werde echt besser in diesem Spiel. Got it. Ich glaube, ich gehe da lieber auf die andere Seite. Oh mein Gott! Oh mein Gott. Ich Vehbel. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Oh mein Gott! Okay, okay, das hätte ich kommen sehen. So... So... Dadurch, dass wir diesen Weg genommen haben, haben wir uns enorm viel Ärger gespart. Hallo. Das wollte ich eigentlich nicht machen, aber gut. Ich wollte ihn eigentlich mit einem Wurfhaken erledigen. Ups! Oh, ich vergesse immer, dass das ein 2D-Spiel, 2,5D-Spiel ist. Oh, shit. Oh, shit. Was? Nur Bronze? Nein, nicht, weil ich jetzt nicht fuhr, ne? Hm. Okay, leider keinen alternativen Weg vorhanden. Muss wohl wohl übel diesen Weg nehmen. Ach, komm schon! Euer Versuch! Also mir gefällt diesen Grafik-Stil, die sie bei den Assassin's Creed Chronicles-Teilen haben. Oh, komm schon! Oh, komm schon! Das macht mich irre! Hoffentlich muss das ich... Oh, nee. Muss ich das Ganze nochmal von vorne machen? Hm? Wieso das denn? Das ist doch... Oh, das war knapp. Ich bin kein sehr geduldiger Mensch. Eigentlich bin ich ziemlich gut gegen Stays spielen, aber... ...die Spiel bringt mich manchmal echt an dem Rande des Wahnsinns. Ist nichts! Hm, krass. Oh, warte! Ich kann nicht mehr merken, dass man hier unten auch so drangehen kann. Ich kann nicht mehr... Komm, 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 komm! ... Jetzt seht ihr mich hier wahrscheinlich eine halbe Stunde lang nur diesen einen Abschnitt. Komm, 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 komm! Ach! Lick mich doch! Okay, jetzt war ich ein bisschen voreilig. Das gebe ich zu. Hey! Ich werde hier langsam... Okay. Kusan! Ganz ruhig mal. Nicht durchdrehen! Es ist nur ein Spiel! Es ist nur ein Spiel! Es ist... ... ... ... ... ... ... ... Und jetzt Vorsicht. Komm schon, komm schon. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Ah, ja. A lot of people have passed through here today. You better remember him, quickly. The rope you're tied to is old and frayed. I don't know how long it'll hold. Ah! Wait! Wait! I remember him! Go on. He was here. They took him to the main Templar building at the edge of town. It's a fortress. You'll never get in, but I can help you. Pull me up. I'll take you to your friend. Huh. I'll take my chances alone. Wait! You said you'd pull me up. You can't leave me here. You can't leave me here. I think we're going to play one mission. We're going to play one mission. Hamid! What do you know about the Kuhe Nur? Is it a power source? Enough, Alexander. He's no good to me, Dad. He's no good to us alive either, if you ask me. Let's put the bloody stone in the box, see what happens. I suppose you're right. Good. Can we get back to the temple, Mom? Yes. Let him rot. We'll come back tomorrow and see if he's more cooperative. So, dann finden wir mal den Assassinen-Meister. We'll be back. Nichts passiert hier im Moment. Okay, dann müssen wir den Typen voll erledigen Okay, dann können wir das Das war ein leichter Abschnitt Jetzt kommt der schwierige Tyler, ja klar Wer ist das? Das war's für heute. Was? Wie kann das denn sein? Hä? Wir hatten es fast geschafft! Aber sooo! Komm schon! Nur ein Stückchen! Komm schon! Nein! Ah! Wir haben... Ich hoffe mal, dass das jetzt kein Zeitabschnitt gibt... Okay... Ich habe eine Leiche gefunden! Äh... Da ist der Typ gerade verschwunden! Da ist der Typ gerade verschwunden! Können wir dich hier verstecken? Nein! Nein! Ich hoffe mal! Nein! Nein! Bitte lass uns nicht von vorne anfangen Bitte lass uns nicht von vorne anfangen Gott sei Dank So und jetzt gaanz vorsichtig Two down, got one to go Oh, oh 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 Das war's für heute. Mhm. Hallo, kann der Ma hier rauskommen bitte? Ja. 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 So. Ich trau mich schon gar nicht mehr zu reden, weil... ...die es mir irgendwie einfach nicht versauen möchte. Ich bin schon so... Es war halt bloß nicht runter. Ich will dich nicht aufheben. Ich will dich nicht aufheben. Ja. Habe ich jetzt mal zu viele Leute umgebracht? Oder würde ich einfach nur wegen... ...Pama entdecken? Hä? Ich war doch... Ich war doch hier in der Menge. Ja. Ach so, muss man das machen. Okay. Ach, das ist mal wieder ein Albtraum. Was? Ach, komm schon. Was? Was? Wie konnte der mich eigentlich sehen? Ich war oben. ... ... ... ... Diesmal sollte es aber kratzen. Ja stimmt, ich bin in seinen Kreis reingeraten Ach, sowas aber auch Gott sei Dank hat er gar nichts gehört, ey Och ne, jetzt müssen wir wieder von vorne anfangen So, immer schön geduldig bleiben So Ah, 10 Kommt er eigentlich doch mal zurück? Warte lieber mal Sicherheit habe Den entfledigen wir uns auch Gehen wir hoch Nein Ich wollte gar nicht hochklettern Ich habe nicht mal den In die Richtung bewegt Ok So 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 Was?! Ach komm! Ach komm! Oh Gott Ich muss mich mal kurz beruhigen Noch überhaupt nichts gemacht Da ist wieder schief gelaufen Oh, okay, das war gewollt Das war diesmal nicht mein, Entschuldigung Felix freigeschaltet, okay Ist das irgendwie so ein October-Killer-modus? Good to see you, my friend Thank you, my friend You're a tough beast, you know that? Who took you? What did they want? It was Major William Sliman He was asking about the Kohinur He wasn't alone Alexander Burns was with him You've heard of him, I assume By reputation only He has killed many of our brothers You are lucky to be alive Luck has nothing to do with it, brother Unfortunately, Sliman took the Kohinur You lost my jewel? Something big is happening, Arbaz They talked about a box And using the Kohinur to power it It may be Ezio Auditore's box That the Brotherhood lost long ago So you want me to steal the jewel back? And the box? Yes Go to their new outpost You'll find them And I hope the entrance to a secret place I've been suspecting for a while A precursor site Maybe underneath the palace Interesting I'll take care of it Stay out of sight, my friend Okay, I'd like to say I'll end the stream here And we'll see you next time I don't know if I will I don't know if I will stream it But it should be Maybe this week Also thank you for the time And Look at the global game port The link Findet ihr, wie gesagt Durch den Befehl Der es unten im Channel steht Also im Channel Beschreibung steht Also Dann bis zum nächsten Mal Ciao